Der Hugh-Green-Weg oder die Hugh-Green-Straße ist besetzt. Das ist der Zugang zum NDR. Eins, zwei, eins, zwei, drei, drei, vier, die Uhrzeit 8.40 Uhr. Die Versammlung ist aufgelöst, weil es der Polizei, da sie verboten ist. Alle Teilnehmer haben die Pflicht, sich zu entfernen. Du sagst, du willst die Welt nicht ändern. Und ich frag mich, wie machst du das nur? Du bist doch kein Geist in der Flasche und du bist auch kein Loch in der Natur. Denn nach jedem Schritt, den du gehst und nach jedem Wort, das du sagst und nach jedem Wissen, den du isst, ist die Welt anders, als sie vorher war. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe wär? Wir müssen dafür sorgen, dass, wenn es eine Berichterstattung über ein Thema gibt, das mit der Klimakrise verknüpft ist, dass das auch erwähnt wird und nicht unter den Tisch fällt. Du sagst, du willst die Welt nicht retten, das ist hier alles ne Nummer zu groß. Und die Weltenretter waren schon so oft da und die meisten verschlimm es am Groß. Und doch fragt mich jeder neue Tag, auf welcher Seite ich steh. Und ich schaff's einfach nicht, einfach zuzusehen, wie alles den Berg runter geht. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe wär? Du sagst, du willst die Welt nicht ändern und dann tun's eben andere für dich. Und der Wald, in dem du vor Jahren noch gespielt hast, hat plötzlich ein steinerndes Gesicht. Und die Wiese, auf der du gerade noch liegst, ist morgen ne Autobahn. Und wenn du jemals wieder zurückkehrst, kommt alles von vorne an. Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wie, wenn ohne Liebe wär? Wenn nicht wir, wenn nicht wir, wenn nicht wir, wenn nicht ihr. Wenn nicht wir, wenn nicht wir, wenn nicht wir, wenn nicht wir.